Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf Sherlock Holmes zu meinem neuen Video David gegen Goliath, der Boosterleinwellenbrecher von Israel. Ich hatte ja angekündigt, mich nochmal zu den Worten von Bayerns Gesundheitsminister Herrn Lanz und Monitor melden zu wollen, und zwar zu den Aussagen die vierte Welle und das Booster in Israel betreffend. Ich will gar nicht lange drum herum reden. Der Monitor berichtete, wie wir hier sehen, am 18.11.2021 davon. Und wir schauen uns jetzt mal gemeinsam die Kernaussagen an und gehen der ganzen Sache dann auf den Grund. Lassen wir also die Protagonisten zu Wort kommen. Vielleicht noch einen Satz ergänzen, der in dem Zusammenhang, glaube ich, auch nicht unwichtig ist. Wir sehen ja, dass in Israel jetzt schon die vierte Impfung vorbereitet wird. Auch das ist ein Thema, das wir relativ frühzeitig angehen müssen. Israel war uns immer einen Schritt voraus. Vielleicht sollten wir mal schauen, dass wir im Gleichlauf sind. Also ich bitte, das auch im Auge zu haben. Und das wird auch wieder Einfluss haben auf die Impfstoffmengen, die wir brauchen, auf angepassten Impfstoff bezüglich Mutationen. Und das müssen wir jetzt eigentlich schon einplanen. Hochwissenschaftlich. Ich bin schwer beeindruckt und muss sofort weiter switchen zum nächsten Kandidaten. Israel ist auch so toll nicht unterwegs gewesen. Da ist die Inzidenz erst mal auf 800 hochgegangen, bevor dann die Booster aus der Impfung wirklich... Das beschreibt sie übrigens dort auch. Sie sagt, ihr könnt euch alles überlegen. 2G, 3G, 2G plus, 3G plus. Vergesst es alles. Das Einzige, was in Israel wirklich die Welle gebrochen hat, war das Booster. Herr Lanz haut ja auch richtig einen raus. Das Boostern hat in Israel die Welle gebrochen. Und weiter zum nächsten Kandidaten. Sehe man einfach immer nur sagt, es ist die Pandemie der Ungeimpften, suggeriert man auch den Geimpften, du musst dich jetzt gar nicht mehr vorsichtig verhalten. Auch die Geimpften müssen leider ihren Beitrag wieder leisten. Sie müssen sich mehr testen lassen. Sie müssen realisieren, dass sie sich auch anstecken können, dass sie das Virus auch weitergeben können. In Israel hatte man das erkannt. Im Sommer stand das Land ähnlich da wie Deutschland heute. Hohe Inzidenz, wieder hunderte Menschen in den Krankenhäusern, auch Geimpfte. Ab dem 30. Juli wurden dort Booster-Impfungen, also Drittimpfungen, verabreicht. So hat das Land die Welle gebrochen. Also ganz kurz, diese düsteren Untertöne gehören sich einfach nicht in einer solchen Berichterstattung. Es sei denn, man will manipulieren und zwar wieder Angst einflößen. Anders lässt sich das für mich nicht erklären. Und das ist keine seriöse Berichterstattung. Man kann das auch weglassen oder durch angenehmere Töne ersetzen. Aber nein, ich denke mal, es ist das Ziel, Angst zu schüren. Aber kommen wir jetzt endlich zur Sache. Gehen wir in der Sache mit dem Booster-Wellenbrecher in Israel mal gemeinsam auf den Grund. Und schauen wir uns erstmal den 30. Juli an. Dort begann das Booster in Israel. Das sehen wir hier. Hier beginnt der Anstieg der Booster-Impfungen. Das war in der 30. Kalenderwoche. Also in der Woche vom 26.07.2021 bis zum 01.08.2021. Dann schauen wir uns an. Der Höhepunkt der 4. Welle wurde in der 35. Kalenderwoche. Also in der Woche vom 30.08.2021 bis 05.09.2021 erreicht. Und danach sackt es ab, wie wir hier sehen. Geht es wieder nach unten. Jetzt schauen wir uns mal an, wie viele Booster bis zum 05.01.2021, also ich nehme sogar das Ende der Woche, bis zum 05.01.2021 verabreicht wurden. Das waren sage und schreibe 28,9% Booster-Impfungen bei 60% vollständig Geimpften. Und wenn wir hier sehen, wie früh die schon geimpft haben, waren viele, nach dem Stand der Wissenschaft, die wir hier immer hören, schon gar nicht mehr so richtig wertig, wollen wir es mal so sagen. Also 28,9% Booster. Damit, und die greifen ja auch nicht gleich, ich gehe trotzdem bis zum 05.09. Wir machen das nachher noch etwas genauer. Also noch nicht mal 30% haben gereicht, um die Welle zu brechen. 28,9%. Wir erinnern uns an die Zahlen, die hier immer genannt und gefordert werden. Am Ende der Kalenderwoche 42, also sieben Wochen später, die mit dem 08.01.2021 begann und am 24.01.2021 endete, lief die vierte Welle aus. Und zu diesem Zeitpunkt waren insgesamt am 24. Oktober 42,5% geboostert. Man war weit davon entfernt, die Hälfte der Bürger Israels geboostert zu haben. Da liegen wir im Moment deutlich besser. Und das bedeutet, die Welle schwappte aus und dafür reichten 42,5% bis dahin geboosterte. Bis zum 07.01.2021, und das heißt wieder elf Wochen später, im Jahr 2022, waren es insgesamt 46,8% geboosterte. Nicht mehr, das war alles. Schauen wir also noch einmal hin und fassen wir das Ganze zusammen. Am 30.07.2021 begann der Boosterauftakt in Israel. Zum Zeitpunkt, als die Welle gebrochen wurde, waren es 28,9% geboosterte. Und ich erinnere noch einmal daran, viele der Boosterimpfungen greifen ja erst Tage später. Aber wir lassen hier mal die 28,9% stehen. Damit, mit diesem Boosterline, will man die Welle gebrochen haben. Das soll tatsächlich die Welle gebrochen haben. Dann ging es bergab. Mit 42,5% geboosterten, ebbte diese Welle endgültig aus. Und bis zum Juli, äh, bis zum Januar, bis zum 7. Januar, war man auf 46,8% geboosterten. Das war nur noch 4,3% Zuwachs in elf Wochen. Das ist die Boosterstatistik aus Israel. Man hat ja oft auch gelesen, der Impfweltmeister Israel. Ich kann hier keinen Weltmeister ausmachen. Das ist vielleicht gerade so Mittelklasse. Wenn man sich die anderen anguckt, die teilweise wirklich in der Oberliga-Siepfen spielen, was aber auch kein Prädikat ist. Wie, was macht man? Man nennt die Menschen, die sich nicht mehr boostern lassen wollen, in Deutschland Boosterverweigerer. Israel und seine Boosterverweigerer. Das sind ungefähr 15% Menschen, die, wie wir gesehen haben, so richtig Bock mehr darauf haben, sich boostern zu lassen. Der Fokus schreibt, Phänomen in Israel. Geimpfte verweigern jetzt den Booster. Ihre Begründung ähnelt der der Impfgegner. Das ist natürlich ein Treppenwitz, ne? Geimpfte Impfgegner. Nein, meine lieben Damen und Herren, wir sind keine Impfgegner. Nicht jeder von uns ist eine Impfgegner, sondern wir sind kritisch, vollkommen zurecht gegen das, was uns da serviert wird. Das heißt nicht, dass man generell ein Impfgegner ist. Denn ich glaube, wir werden alle Impfgegner, wenn wir jedes Mal bei jeder Impfung, die wir schon bekommen haben, auch wenn man ins Ausland fährt, dann regelmäßig zum Boostern fahren müsste und wir würden dann nur noch in den Impfschlangen stehen und hätten kein anderes Leben mehr. Also mal ein bisschen auf dem Teppich bleiben und nicht aus geimpften Impfgegnern machen. Gut, dann schauen wir mal weiter. Ja, denn ich habe noch was gefunden. 97% Schutz wird hier rausgehauen in der kleinen Zeitung. Israels Boostershots zeigen im Kampf gegen Corona Wirkung. Israels Boostershots zeigen Wirkung. Das hat man schnell festgestellt. Schon am 28. August berichtet das Sabine Brandes. Legen wir direkt los. Die Aktion, die am 30. Juli begonnen hatte, zeige bereits erste Wirkungen. Gib das Gesundheitsministerium wohl in Israel an. 30. Juli begonnen. Am 28. Zeigt das schon erste Wirkung. Eine neue Studie des Ministeriums zeigt eine Studie. Nochmal. Man hat am 30. Juli begonnen. Und 29 Tage hat man schon die erste Studie. Mit diesen ganzen Impfstoffen geht das wirklich in einem unglaublichen Tempo. Eine neue Studie des Ministeriums zeigt 97% Schutz oder Sicherheit gegen schwere Erkrankungen und 95% Schutz gegen Infektionen. Das sind natürlich absolute Traumwerte. Allerdings erreiche sie, also die Wirkung, ihre volle Wirkung erst 16 Tage nach der Gabe. Auch ein nettes Wort Gabe. Schauen wir uns das mal an. Denn dann müssen wir den 28. August ja zurück auf den 12. August datieren. Das heißt, was am 12. August verimpft wird, hat bis zum 28. August seine volle Wirkung entfaltet und deshalb für Ergebnisse oder für spürbare Verbesserungen gesorgt. Was hat man denn verimpft? 8,4% wurde geboostert bis zum 12. August. Und diese 8,4% sollen einen deutlichen, spürbaren Einfluss auf das Infektionsgeschehen gehabt haben, so wie wir das eben gelesen haben. Wer es glaubt, wird selig. Wir kennen das ja. Den Spruch kennen wir. Ich bringe jetzt mal nicht zu Ende. Dann lese ich weiter. Der Anteil der nicht geimpften Bevölkerung liegt derzeit in Israel noch bei etwa 20%. Und da musste ich ja erst mal sagen, wie bitte? Ich bin schon so lange in der Materie drin und weiß das aus dem FF, dass die bei 60% liegen. Aber ihr könnt es uns gerne nochmal angucken. 3. August 28. August vollständig geimpft. 59,6. Das heißt, es sind über 40% sogar, die nicht geimpft sind. Und nicht wie hier steht 20%. Und dann habe ich gedacht, komm, du brauchst nicht weiterlesen. Du machst das wie mit den Pfizer-Verträgen, die den Europäischen Parlamentariern vorgelegt werden, als sie reingucken wollten. Du schwärzt den ganzen Mist und gehst einfach weiter. Das waren übrigens Fake News. Das möchte ich nun mal so sagen. Und zwar Hammer Fake News. Wenn man sich über 20% vertut, um zu suggerieren, da sind 80% geimpft. Dann sind das für mich Fake News und nichts anderes. Aber wir zurück zu Bayern 1 oder jetzt zu Bayern 1. Wann tritt die Schutzwirkung der Booster-Impfung ein? Stellt man sich auch hier die Frage. Allerdings am 28.12.21. Da war man schon etwas weiter. Auch mit den Informationen aus Israel, sollte man meinen. Wann wirkt die Booster-Impfung? Einfache Frage. Kompliziertere Antwort. Von wegen, man ist schon etwas schlauer. Konkrete Fristen können auch die Experten für Impfstoffe vom Paul-Ehrlich-Institut noch nicht nennen. Aha. Eine wirklich konkrete Antwort gibt es derzeit nicht. Publizierte Daten aus Israel gingen bei ihrer Auswertung von der Annahme aus, dass ein messbarer Unterschied in Infektion und schwerer Erkrankung 12 Tage nach Booster evident sein müsste. Alles absolut, wirklich hundertprozentig genau nehmen wir das alles. Also nach 12 Tagen ist der Schutz durch die Daten der Booster-Impfung in Israel belegt. So nehmen wir das jetzt mal hin und berechnen nochmal neu. Dann gehen wir mal zurück vom 5. September auf den 24. August. Das müssen wir ja machen. 12 Tage zurück. Das ist ja belegt. Das haben wir eben gesehen. Am 28.12. hat man diese Daten dann festgelegt. Am 5. September brach die Welle und was bis zum 24. August verboostert wurde, nur das hat natürlich Einfluss auf den Bruch dieser Welle. Und was war bis zum 24. August verboostert und hat dann seine volle Wirkung entfaltet? 18,2%. Ganze 18,2%. Dieses Booster-Line soll tatsächlich die Welle gebrochen haben. David kämpft gegen Goliath und macht mit 18,2% Schluss mit Goliath. Also das sind alles Geschichten. Ich weiß gar nicht, was man davon halten soll. Wenn man die Zahlen, die hierzulande verlangt werden, hört und man die Menschen überhaupt nicht zur Ruhe kommen lässt, 30 Millionen Impfungen in die Oberarme bis zu Weihnachten, bis zum Ende des Jahres, so eine Aussage zu treffen und hier haben 18,2% die Welle gebrochen. Na gut, was will man dazu noch sagen? Es ist nur noch unglaublich. Dann hören wir uns doch noch mal Herrn Lanz an. Zum Schluss hören wir uns noch mal Herrn Lanz an. Israel ist auch so toll nicht unterwegs gewesen. Da ist die Inzidenz erst mal auf 800 hochgegangen, bevor dann die Booster-Impfung wirklich... Das beschreibt sie übrigens dort auch. Sie sagt, ihr könnt euch alles überlegen, 2G, 3G, 2G+, 3G+, vergesst es alles. Das Einzige, was in Israel wirklich die Welle gebrochen hat, war das Booster. Ja, Herr Lanz, jetzt haben wir sie hier im seitlichen Profil. Wir können also alles vergessen. Wenn wir Israel als Vorbild nehmen wollen, was ja auch der bayerische Gesundheitsminister gesagt hat, dann können wir also 2G, 3G, 2G+, 3G+, alles vergessen. Wir brauchen nur zu Boostern und das am besten auch nur mit 18,5%. Dann werden die Wellen gebrochen. Das kann man doch hier zusammenfassen. Also ihr redet euch da ein Kram zusammen, das hält ja keiner mehr aus. Ganz ehrlich. Also ihr sagt sowas vor den Kameras, Monitor in seinem Bericht und geht davon aus, dass nicht irgendjemand mal guckt, wie viel war denn geboostert, als die Welle gebrochen wurde. Und das waren hier, wenn man die 12 Tage zurückrechnet, 18, ein bisschen über 18%. Wenn man damit so eine Welle brechen kann, dann muss man hier nicht so einen Alarm veranstalten. Aber wir wissen, die Welle kommt und geht. So war das schon immer gewesen mit dieser Art Viren. Auch wenn die eine ein bisschen gefährlicher sind und die andere nicht so gefährlich. Aber diese Wellen halten nie zwei Jahre am Stück an und auch nie Monate am Stück. Das ist immer so eine große Welle. Dann schafft das wieder ab. Und ob das man mit dem Booster mit 18% zu tun hat, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich wollte es nur noch mal zeigen, was hier berichtet wird, wie hier Politik und Bericht gemacht wird. Und lasse euch mit dem Rest jetzt allein. Ihr könnt euch eure eigene Meinung dazu bilden. Das würde mich auch darüber freuen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Dinge seht. Ob ihr der Meinung seid, vielleicht habe ich auch was übersehen, dass die 18% oder 20% doch reichen oder so. Schreibt es mir in die Kommentare. Im Übrigen steht die Inzidenz im Moment, er hat ja eben gesagt, ach, stand schon bei 800, steht sie jetzt bei fast 1000 in Israel. Trotz der ganzen Impferei. Und die vierte Boosterung, die man gerade angefangen hat, die enttäuscht. Aber darauf gehe ich im nächsten Video ein oder übernächsten Video ein. Jetzt mache ich erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Das war heute ein bisschen holprig, das gebe ich zu. Aber ich habe es trotzdem über die Bühne gebracht, da bin ich auch ganz froh drüber. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vielleicht schenkt ihr mir ja auch ein Abo. Ich muss langsam ins Bett, denke ich. Also gut, dann bis zum nächsten Mal. Fühlt euch lieb gegrüßt, alles Gute und bleibt gesund. Lasst euch nicht runterziehen, sondern genießt das Leben. Dafür ist es da. Also, liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Euer Schorzer. Ciao. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020